Willkommen! Ich begrüße Sie diesmal aus den USA und zwar aus Orlando in Florida zu dem Kongress der National Association of Realtors. Das ist der amerikanische Maklerverband mit 1,2 Millionen Mitgliedern. Aber sehen Sie selbst! In der internationalen Networking-Halle treffen sich Makler aus aller Welt. Und hier halte ich auch meinen Vortrag über Immobilienerwerb in Deutschland. In diesem kurzen Ausschnitt stelle ich den IVD vor. Die Leading Realtors Association in Deutschland, IVD. Und ich bin ein stolter Mitglied von IVD. Es ist die größte Association und es hat 6,000 Mitglieder. Ich muss sagen, es ist nichts, wie es in den USA gibt, mit mehr als 1,000,000 Mitgliedern. Aber Sie müssen sehen, dass Deutschland ein bisschen kleiner ist. Da sind drei sections. Section 1, die Realtors. Section 2, die Property Managers. About 1,500. Und eine sehr kleine section, die Appraisers, wo ich bin. All in all, 53,000 Mitgliedern sind unter der Umbrille von IVD. So, warum ist IVD die größte Realtors Association in Deutschland? Sie haben sehr hohe Standards. When you want to become a member, you have to undergo professional assessment. You have to undergo lifelong learning and you have to have sufficient insurance. Cooperation between NAR and IVD. There's Inge Freerichs. She's our President's Liaison to Germany. She has a wealth of knowledge, I can tell you. I've put up her email address in case you have any questions. Bother her. She can help you in any way. So, thank you very much. That was it about Germany. So, und jetzt geht's zur Messe. So, yeah. Let's go. Untertitelung des ZDF, 2020 So geht's einem nach einer Woche Maklertag. Untertitelung des ZDF, 2020